In diesem Erklärvideo zeige ich euch, wie ihr eine Weiche in Rockwell anlegt und richtig konfiguriert, damit sie auch auf der Modellbahnanlage umgeschaltet wird. Wie ihr Rockwell mit einer Zentrale wie zum Beispiel der Märklin Central Station 3 verbinden könnt, findet ihr in einem anderen Erklärvideo. Als erstes müsst ihr eine Weiche zum Rockwell-Gleisplan hinzufügen. Dafür geht ihr unter dem Reiter Gleisplan auf Plan bearbeiten. Im neuen Fenster Symbole hinzufügen gibt es unter Weiche eine große Auswahl von verschiedenen Weichen, auch zum Beispiel verschiedene Doppelkreuzungsweichen. Hier im Gleisplan fehlt noch eine Rechtsweiche. Diese kann dann einfach mittels Drag & Drop an die richtige Stelle gesetzt werden. Ja und jetzt verlassen wir wieder die Bearbeitung des Gleisplans mit dem Klicken auf den Reiter Gleisplan und dann Bedienung. Um jetzt die Weiche einzurichten, öffnet ihr das Kontextmenü der Weiche. Dies geht mit einem einfachen Klicken der rechten Maustaste. Unter Eigenschaften kommen wir in die Einstellungen. Unter Kennung tragt ihr dann den Namen eurer Weiche ein, zum Beispiel W1 für Weiche 1. Der Rest kann hier eigentlich so eingestellt bleiben. Wichtig ist vielleicht noch die sichere Weichenlage. Hiermit kann eingestellt werden, dass die Weiche immer auf, zum Beispiel die gerade Weichenstellung, zurückgestellt werden soll. Außerdem noch die Einstellung Bedienbar. Damit könnt ihr einstellen, dass ihr die Weiche nicht mehr manuell im Gleisplan umschalten könnt. Unter dem Reiter Schnittstelle wird dann die Adresse vergeben. Dafür wählt ihr das Protokoll eurer Weiche aus, zum Beispiel DCC. Die Adressvergabe besteht aus Adresse und Port. Rockwell rechnet in Modulen. Am besten kann man sich das mit einem Märklin M83 Modul vorstellen. An diesen kann man vier Weichenantriebe anschließen. Das erste Modul hat also die Adresse 1 und die erste Weiche an diesem den Port 1. Die vierte Weiche am ersten Modul hätte dann den Port 4. Um die DCC-Adresse 5 einzustellen, wäre es dann das zweite Modul, also Adresse 2 und der erste Ausgang, also Port 1. Ja und das war auch schon alles. Die Einstellung kann mit dem Klicken auf OK gespeichert und geschlossen werden. Ja und jetzt könnt ihr schon eure Weiche einfach über Rockwell steuern und so die Weichenlage von gerade auf abzweigend stellen. Und dann wieder von abzweigend auf gerade. Wie ihr noch Signale, Rückmelder und Blöcke einstellen und Lokomotiven anlegen könnt, zeige ich euch in vielen weiteren Erklärvideos. Viel Spaß beim Nachprogrammieren. Ich freue mich über ein Abo und eure Kommentare hier unterm Video. Bis zum nächsten Mal.